Das letzte Viertelfinale im Hamburger Pokal. Der Wedler TSV trifft auf den FC Eintracht Norderstedt. Beide Mannschaften begleiten aktuell richtig dicke Abstiegssorgen. Die Wedler stehen auf dem 16. Platz in der Oberliga Hamburg. Die Norderstedter hingegen belegen Rang 15 in der Regionalliga Nords und wollen also nun die Saison über den Pokal retten. Der Pokalsieg ist in jedem Fall das auserkorende Ziel der Norderstedter. Dafür steht Sinista Veselinovic, der Top-Stürmer. Der Eintracht heute auf dem Platz war lang verletzt, hat die Zeit sinnvoll genutzt. Ein Werbespot für eine bekannte deutsche Brauerei gedreht. Jetzt wird er mit überwiegend Kurzeinsätzen wieder herangeführt für heute, also für die Tore-Saison. Die Norderstedter in den rot-weißen Trikots von rechts nach links sollten die erste Möglichkeit der Party bekommen. Ronny Marcos aus der zweiten Reihe knapp rechts am Tor vorbei. Die Wedler hatten aber auch Anteile. Freistoß und dann Christian Dringsen mit dem Kopf noch dran, aber nicht mehr entscheidend. Das Spiel ausgeglichen, aber ohne die ganz großen Möglichkeiten, Grundmann hier im Nachfassen der aktuell dritte Keeper der Norderstedter. Dann mal eine Ecke für die Gäste. Marcos und der Ball kommt durch auf Marin Mandic, der probiert es mit dem Volley. Es ist sein erstes Pflichtspiel von Beginn an, seit Anfang März. Jetzt Achtung, jetzt wird es knifflig, denn es kommt diese Szene. Dieser Kontakt in der 35. Minute von Marcos Kofi an Luis Diaz. Schiedsrichter Björn Krüger entscheidet auf Elfmeter. Wir sehen hier unten leichter Feindkontakt ist da. Deswegen der Strafstoß gerechtfertigt. Kiel Ellerbrook der Schütze und der trifft 1 zu 0 für den Wedler TSV. Kiel Ellerbrook, der 24-jährige Innenverteidiger, bringt die Gastgeber in Führung. Und dieses Tor tat dem Spiel gut. Der Norderstedt jetzt mit mehr und mehr offenem Visier. Daniel Diaz mit diesem Riesenfehler. Und dann Ronny Marcos an den Pfosten. Brüning hält den noch warm. Dann aber Lopez dazwischen. Und weiter. Yuri Marksen, hier ist Veselinovic. Bislang noch nicht in Erscheinung getreten. Brüning mit dem Volley stark gehalten von Lopez. Und dann ist Veselinovic zur Stelle. 42. Minute. 1 zu 1. Sein letztes Pflichtspieltor datiert vom 7. Oktober 2018. Hier macht er den Ausgleich. Pausenstand 1 zu 1. Drei Minuten nach wieder am Pfiff. Der Eckball. Und dann Nils Brüning komplett freigelassen per Kopf zum 1 zu 2. Gerade drei Minuten gespielt im Durchgang 2. Und Nils Brüning, Norderstedt, Neuling aus den USA, per Kopf zum 1 zu 2. Die Gäste drehen dieses Spiel. Nach 70 Minuten war es dann zu Ende für Veselinovic. Jan Lüneburg kam ran. Er wird so langsam zu alter Stärke zurückgeführt. Jetzt aber Wedel nochmal. Grundmann rechtzeitig dazwischen. Guter Freistoß. Aber keine Probleme für den ehemaligen Keeper von Altona. 93. Dann aber nochmal Wedel. Und wieder ist Grundmann zur Stelle. Diesmal gegen Dirksen. 87. Minute. Norderstedt hatte jetzt Platz zum Kontern. Lüneburg auf Nils Brüning. Und er macht seinen Doppelpack. 87. Minute. Ein Top-Neuzugang. Belebt das Offensivspiel. Trotz des Abgangs von Felix Drinkruth. Schöner Angriff. Zu Ende gespielt zum 1 zu 3. Der FC Eintracht Norderstedt gewinnt also beim Wedler TSV. Und damit lebt der Traum vom dritten Pokalsieg der Vereinsgeschichte. Die nächste Hürde heißt nun Tuss Ostdorf am 19. April. Der Sieg war ganz wichtig für uns. Es ist ein großes Ziel von uns, den Cup zu holen. Und deswegen war es sehr wichtig für uns. Es ist natürlich gut, auch mal wieder zu gewinnen. Das wollen wir gleich in die Liga mitnehmen. Ganz wichtige Spiele stehen da auch an. Und es tut jedem gut, dass wir auch mal wieder einen Sieg holen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KICK-TV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.